Einfach mal hinten rausgehauen. Da geht er alleine. Er zieht in Richtung Tor. Er hält rauf. Eiskalt verwandelt. Jetzt liegen sie mit zwei Toren vorn. Ein unglaublicher Hammer. Solche Dinge sehen wir auch nicht alle Tage. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Wie möchte ich fest história? 1, 2, 3 äm porque... 12, 4,- 3 4, 6, 5 8 11